Mal ganz ehrlich, man muss doch durch ganz schön viel Mist, um heutzutage einen deutschen Film zu finden, der frische Impulse setzt. Umso besser, dass endlich Futur 3 erscheint. Der Film wird international gefeiert und gewann den Teddy Award der Berlinale. Er ist durch und durch Pop und verhandelt trotzdem typisch deutsche Fragen. Woher kommst du eigentlich? Mama Pasche. Das war das erste Mal, dass ich was mit jemandem wie dir hatte. Ja, eigentlich stehe ich gar nicht so auf Rosländer. Hinter Futur 3 steckt das Filmkollektiv Jünglinge. Die Motivation für den Debütfilm ist klar. Wie kann man eine neue Ästhetik für Themen finden, die eigentlich immer nur in einer bestimmten Ästhetik erzählt werden dürfen in Deutschland? Und eine Sache, die uns auch aufgefallen ist, ist, dass Migration eigentlich immer als Bewegung erzählt wird. Also, dass die Bewegung von Menschen erzählt wird. Aber super selten Menschen, die hier sozialisiert und aufgewachsen sind, aber Einwanderungs- und Migrationserfahrung in der eigenen Familie haben. Und hier entsteht alles. Hi, willkommen. Hier ist unser Office. Hier arbeiten wir als Jünglinge und entwickeln Serien, Filme, dokumentarische Stoffe. Wir haben alle in Hildesheim studiert, da einfach gemerkt, dass wir alle an Pop interessiert sind, aber eben auch alle voll politisch sind. Und darüber kam, glaube ich, so diese Connection von uns dreien. Die letzten Jahre waren halt voll viel so Lo-Fi, irgendwie, genau, halt so zwischen so Schlafzimmer, Küche, Cafés. Aber eigentlich hatte man so gut wie gar nichts in der Hand, außer halt eine Idee und diesen Ambitionen irgendwie oder so eine Haltung. Sexy Love, everybody, you and you. Still got it. Got what? The Zush. P-A-R-V-I-S. 120 Sozialstunden, richtig? Mhm. So, Radiodurch, findet ihr die Küche oben und unten. Farahs Schariat hat Regie bei Futur 3 geführt. Der Ausgangspunkt des Films ist seine eigene Geschichte. Ich bin gebürtiger Kölner, 2014 in Hildesheim angekommen. Ich hatte sozusagen eigentlich so zu Hause mega viel Ressourcen, weil meine Eltern haben einen Supermarkt. Ich habe immer mega viel zu essen gehabt und dann Uni, nur noch voll wenig Cash. Ich habe angefangen einfach so Lahnendiebstähle irgendwie als mein neues Hobby so zu nehmen und habe voll viel einfach geklaut und wurde dann irgendwann erwischt und musste sozusagen, glaube ich, 120 Sozialstunden damals leisten. Das war dann Sommer 2015, als ich dann antreten sollte und mit so einem Mindset bin ich dann sozusagen in die so-called Refugee-Crisis irgendwie gestolpert, weil ich eigentlich eben so ein bisschen so YOLO, Millennial-Kid war, das Kulturwissenschaft studiert, aber eigentlich jetzt nicht so krass politisiert ist oder so. Und habe dann aber in einer damals noch Notunterkunft für unbegleitete minderjährige Geflüchtete als Übersetzer gearbeitet und bin dann sozusagen auf super viele Leute getroffen, die in so einem vorherrschenden deutschen weißen Blick genauso aussehen wie ich und aber ganz andere Situationen bzw. Privilegien so erleben. Das war glaube ich so Zündung. Also wir waren da schon voll befreundet und haben dann halt viel darüber gesprochen und das Gefühl gehabt, es ist mega wichtig vielleicht einen Film darüber zu machen, der nicht den Access gibt über eine weiße Perspektive, wie das standardmäßig erzählt wird. Also ein weißer Deutscher wird zum Retter, weil er merkt, dass Geflüchtete leiden oder so und dann hilft, sondern jemand, der selbst eigentlich schon sozusagen so ein Migrationsgefühl in seiner Geschichte trägt. Auch sonst schert sich Futur 3 nicht um Konventionen und um Schiff die Genrefallen, die die Themenkomplexe Queer, Migrantisch und Coming-of-Age mit sich bringen. Dabei wechselt er wild zwischen Provinzromantik und durchchoreografierten Arthouse-Passagen, Verzweiflung und Utopie, immer mit der Frage nach Identität. 2 3 3 3 4 5 5 5 6 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass es viele Dinge gibt. Es ist gut, dass es nicht möglich ist. Banavsche sagt ja am Ende, wir sind die Zukunft und ich glaube, sie weiß ja irgendwo schon, dass das falsch ist, was sie sagt, weil Banavsche, Amon und Paves eigentlich schon längst die Gegenwart sind, bloß die Mehrheitsgesellschaft das irgendwie noch nicht gecheckt hat und noch nicht abbilden kann. Es wird Zeit, deutschen Film neu zu denken und Futur 3 zeigt die Richtung an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017